Das ist hier Langsdorf, Gemeinde Lindholz, am 15. November 2012. Weite Straße, einigermaßen glatt, oder sogar, aber es macht alles nicht. Und das Zeug davon ist so gut zu sehen. Hier alles gut, was gibt es hier? Ein bisschen durchfahren, was weiß ich nicht. Das sieht ja aus. Das ist ja. Das ist auch noch. Ich glaube, ich wollte es hier. Wir haben hier einen Park. Oh, da muss ich mal gehen. Soll ich jetzt einigen. Da wird man einigenommen. Soll ich jetzt in Nordkorea, ist das super. Aber da ist ja wirklich der erste Höhe. Ich hoffe, ich gucke mal das. Und hier ist es rechtlich so. Hier vorne gehen. Das wird alles anders sein. Jetzt wäre es jetzt mal. Da hat es man sich hin. Bis zum nächsten Mal.